Gentlemen, jetzt geht's los. Das ist ein Bizeps. Machst du ein Foto? Lächeln. Grüß deine Frau. Hallo Danin. Grüß deine Kinder. Hallo Julian, hallo Simon. Und seitliche Brustbote. So was kann ich doch nicht. Ich will auch kein Bodybuilder. Sag mal weiter, Arme. So sehen hier nicht die Bodybuilder aus, so sehen unsere Amateursport aus. Jawees! So sehen die Arme aus, von unten. Ja, aber so. Ja!